Hallo ihr Lieben und jetzt sind wir wieder bei einer weiteren Folge Alien. Wir machen uns jetzt sowas von auf Richtung Reaktor. Und das hört sich ja schon sehr einladend da an. Mal gucken, was uns da erwartet. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Ja, zufällig haben wir hier einen. So, ich drehe das jetzt wieder ein bisschen. Ein bisschen leiser. Ist ein bisschen laut, von Juan. So, und wir tummeln uns mal nach unten. Und werdet ihr alle nach und nach abknallen. Jederschuss, Eintreffer. Das hat ja auch jetzt schon eine Weile gebraucht, dass diese Folge jetzt rauskommt. Und, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich war gewillt, ich war fleißig, ich habe hier an diesem, kommt der jetzt schon zu mir? An diesem Speicherpunkt habe ich nämlich am neuen PC gespielt, ja. Und ganze zwei Stunden aufgenommen. Und da dachte ich, yo, voll Stopp jetzt. Und, ähm, musste denn im Nachhinein feststellen. Das... 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 Nein, nein, aufladen. Ähm, musste im Nachhinein feststellen, dass... Ich... Zwar Ton aufgenommen habe... Nur... Nur den Ton aufgenommen habe. Oh, ja, das war Schwarzbild. Alles umsonst. Das... Das hieß... Dass ich das ganze Spiel, weil ich das ja zwischendurch immer abgespeichert habe... Ja... Das schmeckt gut, wa? Ähm, das ganze Spiel wieder von vorne spielen musste. Oh, ja. Bis hierhin wieder. Hallo? So verzögert hier. Das hatten wir schon ausgebaut. Genau. Wo kreiselst denn? Da hinten kreiselst du. Ja. Das war natürlich toll. Zumal ich das ja... Wie gesagt... Auf Xbox... Schon öfters durchgespielt habe. Und dann... Ja, dachte... Ja, natürlich auch. Hier... PC... Auch am durchziehen. Aufnehmen. Und der hat das ganze Schuh wieder von vorne. Dabei war... Das ist ja schon ein ganz gutes Stück. Wir sind ja fast am Ende. Und alles wieder von vorne. Ich war deprimiert. Ambo und zerstört. Ich hatte keine Lust. Aber ich hab die Arschbacken zusammengekniffen. Und... Jo. Wenn du jeden Platz abkriegst, dann bist du bestimmt gut durch. Hast du noch was zum Einsammeln? Na ja, Arschbacken zusammengekniffen und ähm... Ja, den einen Abend glaube ich... Drei Stunden durchgezockt. Nur um wieder hier hinzukommen. Na, warte. Ich hab da vorher noch ein paar Mal gespielt. Hier, das leuchtet doch. Wenn ich irgendwas mache... Nein. Wo muss ich denn hin? Alles klar. Und jetzt geht's endlich weiter. Kann ich auch noch nichts machen, oder? Na, ich bin da schon nicht rummeln. Gut. Denn... Gehen wir... Weil das... Ich... Ich hab ja die ganze Zeit... Im Spiel darauf gewartet. Endlich hier an dieser Stelle anzukommen. Endlich Action. Endlich Grusel. Endlich! Ah! Das ist mal interessant hier. Und dann nur... Zwei Stunden lang Schwarzbild. Müsst ihr euch mal vorstellen? Zwei Stunden saß ich hier. Hab aufgenommen. Hab gelabert. Ha! Und dann nur Schwarzbild. Oh nein. Und ich muss sagen... Halt mal die... Klappe. Und ich muss sagen... Und ich muss sagen, ich bin so... Sag mal bin ich überhaupt nicht einmal gestorben? Ich weiß nicht gar nicht... Aber ich bin... Doch ich bin hier eigentlich relativ ganz gut durchgekommen. Jetzt hab ich Arsch gerade. Ah, ja. Lammenwerfel Ja, ich wollte gerade diesen da machen, aber natürlich will ich verschwinden Genau Und ähm Wartet's ab Warte mal, ich... Ich weiß schon, dass ich hier wieder den ersten Fehler mache, indem ich hier einfach langlatsche Das ist, ähm Ein totaler Unterschied, wenn man jetzt ganz alleine für sich selber spielt, ist man zu aufmerksam, man sieht alles Und wenn man dann... Also passiert bei mir, wenn ich dann aufnehme, dann über sich irgendetwas... War hier nicht schon unten? Kackei Okay Hier brauche ich noch nichts machen Nein, hier brauche ich noch nichts machen Ich kann hier noch nichts drücken, aber Ah Ja, Flammenwerfer Und natürlich sieht es hier auch ganz anders aus Ich glaube, ähm Ich hatte mehr davon Naja, so bin ich hier durchgeeiert Ich bin halb, äh Durchgerannt Nur um hier herzukommen Puh So, Flammenwerfer geht halt selber raus Sehr schön Dann wollen wir mal episch abspeichern Ich nutze jeden Speicher Und zwar diesen Ja Weil die Gefahr ist, ähm Noch nicht nah Hast du noch was für mich? Ich... Alter, okay doch, ich fang alleine auf Wusste gar nicht, dass ich schon so nah dran stehe an der Tür Gut Und ich kneife auch schon wieder zum 60.000 Mal die Arschmache hier zusammen und latsche hier schon wieder durch Ja, wer damit Was? Du kleiner Hosen-Scheißer Ja, ich bin verreckt Wegen so einem Scheißer In der Aufnahme, die nur schwarz geworden ist Dieses Vieh habe ich eigentlich flambiert Anscheinend nicht lange genug, weil Da ist auch ein Kackei Weil Ich nicht lange genug drauf gezielt habe Ach, wisst du, warte Ja, so Hm Alter Wird das mir jetzt was abgezogen? Weiß ich gar nicht Ne, so angeschlagen war ich schon, das war nicht das eigene Ich glaube Ich glaube Das Ei Scheiße, das hat mir auch Das knallt gleich Oh Warte mal, da liegt noch was Au Ich kann da nicht grad suchen? Da stand's grad wieder Ach Hier hängt ja auch ne Leiche Ich hängt ja auch ne Leiche Gut, dann werden wir mal Wir werden jetzt mal fett Krach machen Äh Wann verpiesel ich mich denn? Gibt's gar nichts Gut, was? Ach ne, ich muss ja erstmal, warte mal Wo waren das? Da war's Ich muss ja erstmal hier ein bisschen rumtippern Wie ein Profi So So Jetzt werden wir mal Mami Hallo sagen Oh Oh Oh, nein Mensch Die Hand hat halt Alien-edadelt und jetzt komm ich mit den Knöpfen durcheinander Was soll das? Was? Oh, ja Sie haben mich gewittert, die kleinen Scheiße So sieht's jetzt aus So werden wir durch die Gegend donnern Ich weiß gar nicht, ob hier so ein Viech kommt Ich weiß gar nicht, ob hier so ein Viech kommt Weiß ich nicht, aber wir werden uns auf jeden Fall Hier rausschleichen Wie ein Profi Guckt mal aus Da schleichen Hat die Hat die grad 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 Oje, jedes Mal wenn ich was sagen möchte Irgend so ein Kack wie hier Ähm, hat die grad irgendwas erzählt hier die Gutste? Wenn ja Ich hab's auch nicht verstanden Irgendwas hat sie glaub ich getextet Der hätte jetzt mal R machen sollen Bevor wir hier so'n Krach machen Guckt mal Uh Ich dachte jetzt steht hier Gefahr ist nah Ich hoffe das Viech kommt jetzt nicht von hinten Manchmal überall seh ich auch ein geschlossenes Ei So, wir marschieren Hier lang Das hat sich Irgendwie Nach einer Menschenstimme angemacht Wenn die Tür jetzt zu geht Ist doch grad irgend so'n kleiner Scheißer da durch Warte mal Ich schiebe meinen Allerwertesten hier durch Okay, hier kommt's noch nicht Ganz kurz Karte Da hinten geht's Nicht weiter Also Dieses Teil bringt uns jetzt Gar nichts Aber ist uns egal What? Das ist nicht so egal Ja? Das hört sich an ob ich direkt neben mir so'n Ei auf geht Und Das geile ist Jedes mal wenn du denn so'n klein verkackten Scheißer tötest Komm Das kackfieh' ich an Aber hier liegt da hinten irgendwas um? Hallo? Ich bin noch in der Hocke, ne? So kann ich nicht aufstehen Nein egal Ich mach's im Schleichpunkt Das hier Das hier Neee, nee, 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 nee Ich hab dich aufbleiben, ich hab noch gedrückt Ich hab gedrückt Was soll der Scheiß, ich hab gedrückt Das ist unfair Wo sind wir denn? Ist doch unfair Ja, mach es mir hin. So, jetzt machen wir es wie ein Kopi. Komm! Komm! Yeah! Ich darf nicht so lange drücken. Sonst haben wir bald nichts mehr zu flambieren. Nein? Hallo? Was ist denn mit dir los? Latscht ihr nicht hoch wegen der Suppe oder was? Wie? Du kommst jetzt wieder raus, du Scheiße. Ich bin gar nicht da. Hab ich jetzt grad nicht? Na gut. Hab ich doch nicht ausgewählt. Da hab ich mir die Kinder hat. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, ich will den Flammen werfen. Wie jetzt? Ich hatte doch 500! Ich hatte 600! Wieso hab ich jetzt nur noch 372? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Nein. Okay. Hier hinten ist es die Sackgasse. Alter. Ein Ei! Ah, Flammenwerker! Ich weiß ja noch, dass ich das erste Mal hier durchgespielt habe. Jedes Kackvieh, was ich umgebracht habe. Gut, ich werde mich jetzt glaube ich auch verstecken, um die Munition ein bisschen zu sparen. Und es geht auch nicht, sich im Schrank zu verstecken und es wie einfach ankrabbeln zu lassen, oder? Doch, ich glaube es ging. Oder? Ist es wie durch die Tür sprung und hat mich denn gekriegt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist der große Scheißer da. Yeah, ich war böse. Ich schnüffe ja nicht hier an der Tür. Ich, ich wüsste jetzt nicht die Knöpfe. Doch die Schultertasten irgendwie. Ja, der perfekte Organismus. Du bist so perfekt. Perfekt dumm! Na 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 na. Ich liebe Schränke. Lass uns mal gucken, wo ist es? Überall. Na da hin. Da sind wir mal keine Mömer. Durchjau. Haha. Warte mal. Ok, wie sie sehen, sind nichts? Nichts. Okay, das ist irgendwo da hinten. Oh, da ist auch so. Nein. Alles klar. Aber da wollte ich... Da wollte ich noch gar nicht. Da ist, glaube ich, gerade wieder ein anderes Vieh rausgekommen. Irgendwo geht es immer weiter und irgendwo gibt es immer noch eine Sackgasse. Wie denn? Liegt da hinten ein Flammenwerfer? In die Fresse. Na klar. Jod. Ne, das ist, glaube ich, nur eine Leuchtfackel, ne? Wann, leider. Ich glaube, da geht es auch gar nicht hoch. Also brauchen wir das Ei gar nicht stören? Oh. An dem Fiege bin ich gestorben. Ich habe nämlich zu kurz drauf gehalten. Hallo. Ah, nein. Ich erinnere das mal an. Ja, damit. Ah ja, wir holen. War hier noch irgendetwas? Ich glaube nicht. Das war hier nur eine kleine... ...ne kleine Ecke. Oh, da haben wir... Warte mal. Irgendwo muss ich doch reinkrabbeln. Irgendwo Knopf drücken. Und dann wieder zurück. War das... Nee, ich habe da jetzt geguckt. Warte mal, glaube ich hier richtig lang? Hier. Nee, da hinten war ja das Ei. Genau. Ich bin total tiefenentspannt. Haben wir hier eigentlich schon reingedutzt? Ja, wir haben reingedutzt. Fahm, spiel mit mir. Ah, jetzt aber schnell speichern. Alter, so seitlich gucken ist ein bisschen schwierig hier. Das ist immer so eine... Eine Befriedigung. Ach! Bäm! Hau ab! Ich habe das Ei vergessen. Mist, verletzt. Warte, ist das jetzt gerade aus dem Dings gekommen? Und in den... Oh. 129. Ich habe zu sehr mit einem Alien gespielt. Mann. Na, ganz kurz gucken. Okay. Oh. Uh. Da war es gerade. Ach, ich trinke mal. Was? Ich trinke trotzdem was. Mir doch real. Ja. Ja. Wo bist du denn? Ah, ich habe ja so Lust. Aber Flamme. Kann man ihm wieder nur... Hm. Guck mal. Das ist ähm... Ob es sich verarscht vorkommt? Alles klar, es ist weg. Es hat mich gesehen. Oh nein. Geh weg. Shit, shit, shit. Mist, 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 Mist. Wieso? Komm, ich... Irgendwas übersehe ich. Ja. Gefunden. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich habe doch gerade was angezeigt. Schrott. Flammenwerfer. Oh, was willst du... Was soll ich denn damit? Was soll ich das... Blenden? Das Alien. Taschenlampe. Was ist denn mit der Taschenlampe? Ich brauche Flammenwerfer. Ich will Flammenwerfer. Ich seh mich schon das ganze Ding wieder von vorne hier zocken. Flammenwerfer. Flammenwerfer. Oha, kein Flammenwerfer. Na ja, selber schrölt, ey. Shit. Ja, ich drück den anderen Knopf. Ja, ich drück den anderen Knopf. Ja, und ich drück nochmal den anderen Knopf. Und? Ich drück den anderen Knopf. Das ist so... Oh Gott, das ist so wenig. Man, no. Mit was kann ich denn? Revolver. Wow, Pumpkin. Wow, Elektroschocker. Haha. Wolzen. Nein, brauchen wir. Da, es ist vorbeisp... Was? Nein! Flammenwerfer, Mann! Ich wollte schon sagen, da ist ja noch ein... Kackei. Geschlossen, aber zwar auch. Gut. Was? 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 Habe ich gar nicht gesehen. Na, dann wollen wir mal ein bisschen tippen. Na, jetzt müssen wir aber vorsichtig sein. Bitte sei so leid. Oh, komm jetzt bitte nicht. Ich muss hier noch was tun. Oh. Scheiße. Ich muss hier raus. Ich brauche Flammenwerfer. Oh. Unbedingt. Na, ich glaube, ich mache an der Stelle hier ein Päuschen. Und dann ziehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken. Mal gucken, ob ich das hier mit dem bisschen durchschaffe. Also, bis dahin. Tschüss.